Was ist die größte Schwachstelle, die Hacker ausnutzen, um dich zu hacken? Es sind nicht veraltete Programme, schwache Passwörter oder fehlende Sicherheitssysteme. Tatsächlich sind wir Menschen die größte Bedrohung für die IT-Sicherheit. Ja, du hast richtig gehört. Du und ich, wir sind das größte Risiko. Bruce Schneier, ein renommierter Kryptograf und Sicherheitsexperte, hat einmal gesagt, Amateure hacken Systeme und Profis hacken Menschen. Dieses Zitat verdeutlicht, dass wahre Experten im Bereich des Hackings nicht nur auf technische Schwachstellen abzielen, sondern auch menschliche Schwächen und Verhaltensweisen geschickt ausnutzen. Nun bist du an der Reihe, dich gegen solche Angriffe zu schützen. In diesem essentiellen Video enthüllen wir äußerst relevante Tipps, die du sofort anwenden solltest. Diese Ratschläge werden dein Bewusstsein schärfen und dir dabei helfen, dich vor Hackern zu schützen. Hacker sind wahre Meister darin, persönliche Informationen auszunutzen. Stell dir vor, sie geben sich einfach als dich aus, indem sie dein Geburtsdatum und deinen Wohnort verwenden. Was noch erstaunlicher ist, diese Informationen finden sie oft ganz leicht in deinen Social Media Posts. Zum Beispiel können sie Geburtstagsgrüße oder Geotex in deinen hochgeladenen Bildern nutzen. Geotex sind sozusagen Standortmarkierungen, die automatisch beim Aufnehmen von Fotos gespeichert werden. Aber keine Sorge, du kannst dich schützen, indem du in den Einstellungen deiner Kamera diese Geotex deaktivierst und darauf achtest, wer deine Beiträge sehen kann. Auf diese Weise bleibst du den neugierigen Blicken der Hacker verborgen. An dieser Stelle möchte ich dir den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, nämlich Hornet Security. Hornet Security, ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit, das sich darauf spezialisiert hat, vor solchen Social Engineering-Angriffen und vielen weiteren Bedrohungen zu schützen. Hornet Security ist international vertreten mit dem Hauptsitz hier in Deutschland. Sie sind führender globaler Anbieter von cloudbasierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Awareness-Lösungen der nächsten Generation. Hornet Security hilft Unternehmen und Organisationen jeder Größe weltweit dabei, sich besser vor Cyberbedrohungen zu schützen. In einer Welt, in der unser digitales Ich oft genauso wichtig ist wie unser reales Selbst, ist es wichtig, wachsam zu sein und achtsam mit Freundschaftsanfragen umzugehen. Der verführerische Gedanke, die Anzahl der Freunde auf unserem Profil zu erhöhen, darf nicht über dem Schutz unserer persönlichen Daten stehen. Denke daran, dass deine persönlichen Daten von großem Wert sind und in den falschen Händen großen Schaden anrichten können. Gesunde Skepsis und ein bewusster Umgang mit deiner Online-Präsent sind unerlässlich, um dich vor den Maschen der Cyberkriminellen zu schützen. Social Engineering stellt eine große Bedrohung für dich dar. Es nutzt das Vertrauen als Mittel, um an sensible und wertvolle Informationen zu gelangen. Vertrauen ist in jeder sozialen Interaktion ein wesentlicher Faktor. Social Engineers manipulieren dieses Vertrauen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Sie geben sich als vertrauenswürdige Person oder Organisation aus, um zum Beispiel als Bankmitarbeiter, technischer Support oder als Chef ihre Opfer zu täuschen. Dadurch können sie Zugriff auf vertrauliche Daten erhalten oder die Opfer dazu verleiten, ungewollte Aktionen auszuführen. Die Ausnutzung der Autorität ist eine weitere Strategie, die von Social Engineers eingesetzt wird. Sie imitiert oft hochrangige Positionen oder Behörden, um Druck auf dich auszuüben oder dich sogar einzuschüchtern. Dadurch können sie dich dazu bringen, sensible Informationen preiszugeben oder Handlungen durchzuführen, die du unter normalen Umständen nicht durchführen würdest. Zum Schutz gegen diese Bedrohungen solltest du ein gesundes Skepsis pflegen, die Identität des Gegenübers sorgfältig überprüfen und Informationen eigenständig bestätigen, bevor du sensible Daten preisgibst. Was das Ganze wesentlich extremer noch macht, ist zum Beispiel KI. KIs erstellen Deepfakes, können deine Stimme klonen und vieles mehr. Sie können also eine komplette Kopie von dir erstellen und mit dieser Kopie können Hacker sich dann wiederum als dich ausgeben. Um das Ganze zu verdeutlichen, wechseln wir in die Perspektive eines Angreifers. Wir sind jetzt hier auf einem Instagram-Profil, meinem besser gesagt, und wir nehmen jetzt hier ein Bild. Wir machen ein Foto von dem Ganzen mit einem Snipping-Tool. Zack, und jetzt speichern wir das Ganze. Jetzt gehen wir auf unsere KI-Webseite, uploaden das Image und wir haben es hier. Jetzt markieren wir das Gesicht, das wir auswechseln wollen und geben hier einfach nur Face ein. Jetzt generiert er uns ein neues Gesicht und somit kann man Bilder manipulieren und auch die Stimme. Das geht genauso leicht. Jetzt haben wir hier verschiedene Gesichter. Klar, manche schauen gut aus, manche schlecht. Man sieht es, aber der grundliegende Punkt ist verstanden. Wir sehen hier, dieses Gesicht sieht schon sehr realistisch aus. Bilder können so leicht manipuliert werden, das Video auch natürlich und die Stimme auch. Und wenn wir jetzt sagen, hier ist ein Pfeil, dann können wir das hier auch einfach wegmachen. Das werden die neuen Maschen der Hacker werden. Also gib dich in Acht und pass drauf auf, du kannst inzwischen deinen Augen und deinem Gehör nicht mehr trauen. Vor allem im Internet. Das Ganze passiert sehr häufig in Zukunft. Das werde ich dir jetzt schon prophezeien. Deswegen achte darauf, dass du nicht so viele Daten von dir im Internet hast. Sei es jetzt Videos, sei es deine Stimme oder Bilder. Und wenn du sie im Internet hast, lass sie nur den Leuten sehen, die sie auch wirklich sehen sollten. Und nicht irgendwelchen Cyberkriminellen. Und denk daran, Hornet Security ist immer da, um dich vor solchen Angriffen zu schützen. Ich natürlich auch. Lass ein Like und ein Abo da. Peace. 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 Vielen Dank.